Was? Biss? Ja, wir tun euch bloß anstücken. Bleiben wir auch nicht an. Das kann ich rausschneiden. So, kommen wir endlich mal zum Filmen hier. Ich bin nicht draufgetreten. Ich schlachte dich. Moin. Ja, sag mal guten Tag. Und schön laut. Dann müssen wir näher herankommen mit deinem Zink hier. So. Ich leg ja hier nicht alles zusammen. Ich will ja auch die Fische nicht verscheuchen. Welche Fische? Haben wir hier Fische? Wir haben hier Fische. Ich habe ja schon ihn gefangen, während du noch gebastelt hast. Ah so, okay. Das beißt schon wieder. Ja, Leute, wo sind wir heute? Wir sind an der Flöhe. Das ist schon Erzgebirge. Das erste Mal, dass wir hier sind, haben wir ein bisschen Wehr dort vorne. Ja. Es staut alles. Und hier ist es ein bisschen tiefer auch. Mal gucken, was uns hier erwarten soll. Ich weiß gar nicht, was es hier geben soll. Das ist eigentlich schon ein Fisch. Ich habe mal in der berühmten Angel-App geguckt. Im größtenteils auch Forellen und auch Barsche. Mal ein Aal zwischendurch. Ein bisschen Weißfisch. Wir werden es einfach mal überraschen lassen. Ein ganz kleines Mini-Rotohre habe ich auch schon. Ich werde es dann vielleicht später dran machen. Gerade wenn es dann in Richtung Ei geht. Ja, wir werden es einfach mal überraschen lassen. Ich tue jetzt hier ein bisschen Stippen. Ich habe ab und zu mal Bisse. Wahrscheinlich gibt es hier auch viele Töbel. Aber natürlich auch heute wieder sehr, sehr warm und sonnig. Und ja, müssen wir gucken. Aber ich denke schon, wenn wir da noch etwas fangen wollen, wenn es ein bisschen Kleinfisch ist. Heute müssen wir. Sollte schon gehen. Also Fisch ist eigentlich genug da. Aber eben auch viel Brut im Wasser. Von so bis so. Ja, ja, ja. Das ist Wahnsinn. Das haben wir vorhin. Wir waren vorhin schon mal an der Jopa gucken. Aber wir wollen mal gucken. Das ist also Milliarden. Milliarden Kleinfisch. Das ist Wahnsinn. Aha, ja, ja. Ja. Mal gucken, was passiert. Genau. Das ist unser Motto. Helmut, du hast noch zwei Routen. Zwei Einsatzfähige, ja. Ja, wieso? Ja, weil du vorhin alles Wut und Brand in die Gegend geschleudert hast. Habe ich gar nicht. Klar hast du das. Das schneide ich raus. Das gibt es nicht. Gut, dann mache ich einen Kommi. Ja. Ja, nee. Naja. Ja, soviel zum Thema 12 Euro Routenhalter. Gut, lassen wir das. Das ist eine andere Geschichte. Also was den Routenhalter, der ist vermutlich nicht vor der Höhe gedacht, sondern nur für die Tiefe. Das hat einen ganz falschen Schwerpunkt, das Ding. Ja. Ja. Ah ja. Wir melden uns dann wieder, wenn wir was gefangen haben. Also wahrscheinlich gar nicht. Okay, dann ist das Video hiermit beendet. Macht's gut. Winke, winke und tschüss. Da geht's. Das war's. Ja. Ich weiß nicht. Wir machen noch mal. Bis dann. Ja. 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 Ich weiß nicht. Ja. So liebe Leute, der Thilo ist kurz spinnfischen gegangen, in die Richtung glaube ich, oder was sind die, ich weiß es gar nicht. Ich bin immer noch am ansitzen, passieren tut hier leider gerade gar nichts. Macht aber nichts, ist ja noch hell, die Sonne wird demnächst untergehen, da haben wir vielleicht mehr Glück. Ja, ich würde gerne die Drohne fliegen lassen, aber ich möchte das dann doch vermeiden. Wir sind hier geduldet, sag ich mal, wir haben einen Anwohner gefragt, ob wir hier angeln dürfen und das ist sein Grund und Boden. Und der möchte nicht, dass das, ja, dass das eben breit gelatscht wird und ja, dass sich dann hier auch noch andere Leute irgendwie antreffen. Deswegen halten wir den Platz heute mal so ein bisschen geheim. Flöha muss reichen, also die Flöha als Fluss und ja, wir sitzen jetzt hier noch eine Weile, also bis Mitternacht. Da geht bestimmt, da geht bestimmt auch noch was, aber bis jetzt ist erstmal Ruhe. Tatsächlich ganz viel Kleinfisch im Wasser, also unglaublich, gut, jetzt sieht man es tatsächlich gerade nicht, war ja wieder klar. Unglaublich viele Döbelbrut, die sich hier tummelt und die Wasseroberfläche zur Bewegung zwingt. Ja, ansonsten, nix. Thilo hat ein Rotoge, so groß bis jetzt, also die Pechsträhne zieht sich bis jetzt fort. Wir werden sehen, was jetzt hier noch kommt, aber ich denke, heute könnte sich der Bann mal ein bisschen lösen und brechen, damit wir mal wieder ein bisschen Fisch kriegen. Also ich bin guten Mutes. Lass es erstmal dunkel werden und dann kommen bestimmt noch die Fische. Alles klar, bis später. Was, bis? Ja, wir tun richtig blöd, anstücken. Bleiben wir auch nicht. Ja, das ist ja ein Düdel. Herr Thilo, Spinnfischen? Na ja, kleine Döbel, ne, haben dauernd einen Spinnflick. Die Größe vielleicht, ne, zwei Zentimeter. Aha, aha, aha. Unten am Meerschuss, da stehen wir auch größer. Komm ich aber nicht richtig ran, ohne Wadhosen. Oh. Und, ja, die hat einen kurz dran, der ist kurz vor dem Ufer abgegangen, der kleine Döbel. Also, ansonsten, es ist viel Fisch im Wasser, aber natürlich viel kleinen Fisch im Wasser. Ja, und die große Kunst ist wahrscheinlich, hier die größeren Exemplare rauszupicken. Okay. Denke ich mal. Aber das ist doch irgendwie, hier, das ist ja mal wieder eine schöne Weisheit vor dem Beginnerst. Das ist doch irgendwie im Juni, Juli ist das doch irgendwie immer so, oder? Wie war das? Na ja, Juni, Juli ist immer so ein bisschen eine saure Gurgelzeit für den Angler, sag ich mal. Ja. Also, gute Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber ich fange am wenigsten im Juni, Juli. Das liegt einfach daran, dass sehr, sehr viel natürliche Nahrung da ist, ne. Das geht auch noch bis an den August rein. Also, die Gewässer sind voll mit Brut, mit Kleenfisch, mit genügend pflanzlicher Nahrung. Überall grünt und sprießt und überall entsteht neues Leben, ne. Also, das ist quasi für die größeren Fische, für die Räuber ist es ein Schlaraffenland. Da sind die nicht so auf unsere Köder angewiesen. Und das ist ja die große Kunst. Das natürliche ist das Wetter. Das war was Größeres. Ja. Auch dort, wo ich gefüttert habe, mal sehen. Natürlich ist das Wetter sehr einladend zum Angeln, was aber meistens immer nicht so gut ist. Also, tolles Wetter. Sonnenschein, warm. Man kann kurz an den Straßen sitzen, kein Lüftchen, Rägtisch. Aber das ist meistens gar nicht so gut. Aber es ist natürlich bequem. Muss ich wirklich ehrlich zugeben. Ja, wie gesagt, Juni, Juli ist, bitte sagen, Gurkenzeit. Aber wir müssen das auch aussetzen irgendwo. Ist schwierig. Wir werden einige Gewässer jetzt auch nochmal abklappern. Ja. Und versuchen uns größtenteils, das werden wir nicht immer machen. Ich habe auch noch mal eine andere Idee. Größtenteils unser aber auch Fließgewässer. Konzentrieren. Konzentrieren und beschränken. Weil dort einfach das Sauerstoffgehalt höher ist. Also wir haben schon oberstehen richtig Regen mehr gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es das letzte Mal richtig geregnet hat bei uns in der Ecke. Und natürlich sehr, sehr viel Wassernot auch da. Die Pegel sind unten, die kleinen Teiche haben Sauerstoffprobleme. Da haben wir Wassertemperaturen von 24, 25 Grad. Das ist nicht gut. Ne. Fische werden nicht tagisch. Deswegen dorthin gehen, wo Sauerstoff produziert wird. Entweder große, tiefe Gewässer, wo der Windpille eingreifen kann. Und es eine gewisse Umwälzung gibt. Oder eben dann in Fließgewässern angeln. Ja, wie gesagt, hier an der Flöhe ist für uns auch ein bisschen neues. Neuland. Wie immer. Naja, dafür machen wir es ja auch. Wir wollen das ja. Neue Gewässer entdecken. Ich brauche nicht zum dreitausendsten Mal an einem Auto gehen. Mich von Pategästen belastigen lassen. Oder von Stehpaddlern. Und keinen Pauplatz finden. Das war ja auch der Grund, warum wir heute an die Chopra gegangen sind. An die schöne Stelle, die ich mir schon rausgesucht hatte. Die Stehpaddler waren im Weg. Genau. Es wird aber natürlich dieselbe Situation. Wenig Wasser. Hat auch ein einheimischer Anger gesagt. Fische letharisch. Viel. Millionen. Milliarden. Krut im Wasser. Das ist Wahnsinn. Wir werden Dämmerung und Dunkelheit noch ein bisschen mitnehmen. Und dann mal gucken, ob vielleicht noch was geht. Bestimmt. Mal sehen. Ja, alles klar. Der Tito hat Fisch. Fisch, Fisch. Sorry. Was hast du denn schönes? Ich habe doch mal einen Farsch. Ein Farsch? Wo bist du denn? Da ist er. Geht schon. Können wir rausheben? Na ja. 20 würde er haben. Ja, hat er. Schön dick ist er. Schön dick ist er. Und schön dunkel, ne? Ja. Perfekt. Sehr schön. Gefällt mir. Der darf wieder schwimmen. Der darf wieder schwimmen. 10 Zentimeter größer hätte ich ihn genommen. Ja, gut. So, jetzt ist es dunkel. Der sieht nichts. Warte mal. Scheiß Paparazzi wieder rein. Wo ist der? Der weiß gar nicht, wo du bist. Ach, da bist du. Guck mal. Bin ich dran? Jetzt sehe ich dich. Ist schon wieder dunkel. Ja, freu ich nicht dran. Nacht. Nacht. Genau. Es ist dunkel. Und seitdem es dunkel richtig dunkel ist, passiert gar nichts mehr. Komischerweise. Da ich morgen auch nochmal losmache. Also beruflich nochmal eingespannt bin, machen wir jetzt auch gleich los. Fazit für heute. Wir haben zumindest nicht ganz so abgeblenkt wie letztens. Helmut hat sich auch noch entschneidert mit dem Döbel, ne? Ja, handlangen. Handlangen Döbel. Immerhin, besser als nix. Ich sage es ja immer so schön. Lieber kleinen Fisch als kein Fisch. Ja, zwei Barschow und ein kleines Rotohr ist auch noch geworden. Und im Endeffekt haben wir doch jetzt eh ein bisschen was gefangen. Naja, saure Grundzeit. Wie überall. Wenig Wasser. Wenig Sauerstoff natürlich. Halber Meter mehr Wasser hätte uns ja gut getan. Aber wir wären dann jetzt auch mal ein bisschen intensiver angehen. Ein bisschen woanders hin, weiter fließig. Ansonsten ging es heute. Die Mücken haben mich total zu starken. Und das hat er nicht mehr mitgekriegt. Ich habe es nicht mehr mitgekriegt. Und dann werden wir mal gucken, was jetzt noch passiert. Wir machen jetzt gleich Schluss. Feierabend. Haben auch ein Stück Heimweg. Und melden uns dann zeitnah wieder. Zack. Wieder in der Tod. Jetzt machen wir das Licht so aus. Aber je mehr Licht, desto mehr Mücken. Okay. So, dann. Tschüss und schön. Winke, winke. So ist es. Arrivederci. Tschüss. 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 Vielen Dank.